Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Wo nach siehst du hier eigentlich, Generalor? Wenn nach siehst, wirst du es schon merken. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre... Ich spüre Dunkelheit. Und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Ich... Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Ich bin nur ein Kind. Je bin schonд! Ich bin nur ein Kind. Ich bin nur ein Kind. Das war's für heute. Ah! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Master, es ist ein Fugturm in der Nähe. Zerstört, um die Kipp-Prägat der Kassel in den Arzt hier anzuschneiden. Zerstört, das Signal ist schwach, aber ich kann es trotzdem entziffern. Es muss es vor einen Boot-Generator geben. Zerstört, um die Kassel in den Kassel in den Kassel in den Kassel. Er, dass Sie in den Kassel będziemy gucken. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt Dakota schon Informationen über imperiale Ziele? Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er kam, um euch zu suchen. Gehen wir. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi, dann zerstört die Plattform. Wenn die Himmelsplattform fertig ist, bringt das Imperium Wookiee-Sklaven ins All. Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen. Das Imperium repariert sie. Ja, irgendwann vielleicht. Aber die Wookiees hätten eine Chance zu fliehen. Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter. Es wimmelt dort von Imperialen. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten? Juno, ich habe gefunden, was wir suchen. Hervorragend. Ich bin am Treffpunkt in... Noch nicht. Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren. Ich nehme nicht an, dass ich euch das ausreden kann. Wahrscheinlich nicht. Also gut. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann.